Ich glaube, wie schon viel man sich platzieren hat, denn im Idealfall ist man immer hinter seinem Mitspieler für den Fall, dass der den Ball verliert, um dann, wie gesagt, diesen anzunehmen und nicht dem Gegner zu gehen. Wieder eine kleine Rückhand, umgedreht, schön gemacht von Giorente. Seine Linie hat viel Platz auf der linken Seite. Giorente hat sofort natürlich einen Verteidiger. Da der Cutshot von Pedro Fernandes. Giorente, was für ein klasse Tor hier von dem Argentinier. Ja, da ist eingeworfen, da die Rückhand. Das wurde auch mal Zeit, dass hier König Immobilien diese so wichtige Einwürfe gewinnen. Jetzt vielleicht mal ein schöner, gerader Lauf Richtung Tor. Der muss doch reingehen. Ja, der ist auch drin. Er hat genau das wollen wir eigentlich tun. Ja, der ist auch drin.